Herr Lichter, darf ich fragen, wer die Dame ist, die Sie begleitet? Das ist meine Frau. Wie lange sind Sie schon verheiratet? Wir sind nicht verheiratet. Ist doch nicht Ihre Frau. Nein, ich will Sie heiraten. Aber die Dame ist sich nicht sicher. Ich hab sie noch nicht gefragt. Warum hab ich mir eigentlich damals den Paul nicht angehört? Willst du einen haben? Nee. Ich würde mir das Herz brechen, wenn ihr beide nicht mitzusammen werdet. Ich hab gehört, ihr müsst das Bett weggetragen werden. Macht doch nicht so ein Theater jetzt. Das ist kein Theater, das ist einer meiner besten Kunden. Wieso musst du denn jetzt so eine Show draus machen? Ich kann auch mit so einer Fresse wie du da stehen, aber ich weiß nicht, ob das mehr bringt. Kennst du das, dass du manchmal einen fremden Mann anguckst und das komisch findest, wie der redet? Oder was er sagt und nach einer Weile fällt dir auf, dass es dein Mann ist? Lächelst du so? Wann ist denn jetzt mit meinem Lächeln? Ich frage ihn, lächelst du immer so? Du weißt doch, wie ich lächle. Sieht so aufgesetzt aus. Warum liebe ich dich nicht mehr? Liebt viel noch. Warst du immer lustig? Nee. Dein Humor, der war einfach nur sehr einfach. Und plötzlich wird alles klar und wach, endlich Sinn für dich. Ob die Erde wird, wird der schönste Platt im All. Ob die Erde wird, wird der schönste Platt im All. Du hast ja gerade gelacht, ne? Ja, wie machst du immer richtig lustig? Wird der schönste Platt im All. Du hast ja gerade gelacht, ne? Du hast ja gerade gelacht, ne? Untertitelung des ZDF, 2020